So, hier haben wir eine Videoaufnahme mit dem neuen iPad 2. Die Lichtverhältnisse sind ziemlich gut, die noch etwas bewölkt. Das Display ist in der Sonne stark spiegelnd. Aber leider kann man auch während dem Video aufnehmen nicht auf die vordere Kamera umschalten. Das geht nur in einer eigenen Aufnahme wieder. Die Reflektionen, die wir in diesem Bereich sehen, sind gut zu erkennen. Und somit sieht das Video auf dem Display eigentlich ganz gut aus. Das war's. Einen ausführlichen Testbericht zum iPad 2 findet ihr auf unserer Homepage www.debtech.de. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.